Ich füge hinzu, all ihre Organe arbeiten immer besser und besser. Ihr Herz schlägt normal. Der Kreislauf des Blutes vollzieht sich normal. Und es kann nirgends Stauen und Stockungen geben. Die Lungen arbeiten normal, wie auch die Leber, der Magen, der Darm, die Milz, die Niere, die Blase. Alle Organe arbeiten immer besser und besser. Bei ihrer täglichen Anwendung dieser Methode, beim immer und immer wieder sagen, Es geht mir mit jedem Tag, in jeder Hinsicht, immer besser und besser. Findet das Unbewusste den Weg zum Vernarben und zum Heilen, Bis alles ganz normal ist.